Wir sind jetzt gleich einschwimmen gegangen. Das Wasser ist relativ warm, etwas 30 Grad. Und Schwimmen wird wahrscheinlich ohne Neos sein. Und vielleicht fühle ich besser. Weil Schwimmen ist eine kleine Bestdisziplin. Und ja, meine Erwartungen sind natürlich einfach super schwimmen. Und dann mal schauen, ob ich ein gutes Rennen mache. Auf den WCAM vorbereitet habe ich mich eigentlich nicht speziell. Aber ähnlich wie bei den anderen WCAMs.